Hallo, meine lieben Freunde. Lauter Sound. Was geht? Wir kommen zurück zu Tomb Raider. Wir waren eigentlich da oben stehen geblieben, aber wie es aussieht, hat der Safe Point uns hier hingesetzt und wir können hier auch nichts mehr Neues holen. Also wurde das, wie es aussieht, gespeichert. Ja, sieht so aus. Oder? Hier noch irgendwas? Nee, ne? Nee. Okay, alles zum Einsammeln gesaved. Ach nee, ist noch unser Pfeil, okay. Gut, dann würde ich sagen, holen wir uns jetzt hier unseren Schatz. Unseren Schatz. Irgendwas für ein Bogen, okay. Das ist nett. Fähigkeit gemeistert, wache Augen. Wir müssen überlegen, sind das Ding leuchten, fallen in der Nähe automatisch auf. Okay, das ist gar nicht mal so bad eigentlich. Gar nicht mal so bad. Was haben wir hier? Bisschen Holz und Erze, okay. Okay, kein Falle. Okay, kein Falle. Was? Ja, es mag sein, dass es mit dem Propheten zu tun hat. Könnte alles sein. Oh, ich sollte vielleicht noch eh drücken, wenn ich nochmal springe. Ich weiß nicht, ob das schneller ist, einfach hoch zu jumpen. Keine Ahnung. Äh, ich weiß es nicht. Aber eigentlich haben wir da noch so viele Wege, die wir erkunden müssen, ne? Oh, Mann. Ja, vielleicht kommen wir da jetzt wieder zurück. Hin irgendwie, keine Ahnung. Müssten wir ja eigentlich. Ähm. Wo kommen wir hier hin? Hier, gibt's hier irgendwas? Ja, Erze. Wow. Halb verbuggt irgendwie. Aber okay. Kommen wir hier unten. Wo zur Hölle? Ach, hier sind wir runtergerutscht, ne? Stimmt. Ich glaub, da sind wir runtergerutscht. Und hier kommen wir jetzt wieder da hin. Okay, alles klar. Alles klar. Okay. Gut, dann kommen wir jetzt wieder zu den Wegen, die wir noch erkunden können. Alles klar. Super. Schön. Finde ich sehr toll. Sehr, sehr toll. Ach, genau. Ah, ja. Okay, okay. Ah. Nice. Boah, hier hatten wir doch auch noch irgendeinen Weg, den wir nicht gegangen sind, ne? Ja, stimmt. Links lang. So, gleich rechts lang. Da sind wir, glaub ich, nicht lang gegangen. Oh. Mitnehmen. Hab ich das vergessen oder ist das einfach nur respawnt? Hä? Ähm. Genau, von da kamen wir. Und hier war doch auch noch ein Weg. Richtig. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal noch kurz hier lang. Gucken kurz, was wir hier noch so finden werden. Okay, definitiv nichts. Hier unten, da finden wir irgendwas glitzendes. Einen Schatz, okay. Ja, ein bisschen Papier. Ist das Papier? Ich glaub, das ist Papier. Na gut. Und meine Softbox blendet da oben so, ne? Ei, ei, ei. Habt ihr das überhaupt noch gehört? Ja, ich glaub schon. Die blendet da oben. Ähm. Super. Ja, dann gehen wir wieder raus, ne? Würde ich sagen. Soweit ich das jetzt weiß, haben wir hier alles erledigt, was wir erledigen konnten. Glaube ich. Hoffe ich. Ich will hier nämlich nicht nochmal rein. Oder ich will nichts vergessen haben. So. Nein. Oh, ich hasse es, wenn ich eigentlich hochdrücke, dass sie jumpen soll. Und sie springt halt einfach nach rechts, weil ich gerade nach rechts gelaufen bin. Das macht so keinen Sinn. Ja, es macht schon Sinn, aber es ist dumm. So und hoch. Danke. Hier war nichts mehr. Okay. Dann gehen wir hier lang. Da ist Erz. Aber Erz brauchen wir jetzt nicht. Wir finden so viel Erz. Ah, okay. Hier sind wir da. Okay. Gut, dann haben wir, glaube ich, echt keinen Weg vergessen. War ich hier hinten? Ich glaube, ich war hier hinten. Ja, ich war hier. Okay. Da lag die Karte und dann können wir wieder rausgehen. Nice. Nice, nice. Gut. Ähm, dann mussten wir jetzt... Oh, wo mussten wir lang? Genau, da hinten lang. Okay, alles klar. Okay. Was war hier oben? Lol. Ihr seid ein bisschen spät gespawnt, ihr Leute. Das können wir doch auch irgendwie kaputt machen, oder? Locker. 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 Okay, das können wir so machen. Wo kommen wir jetzt hin? Achso, jetzt müssen wir... Okay, hier. Und dann müssen wir hier lang klettern. Kommt sie da oben an? Nein, kommt sie nicht. Okay. Hat sich erledigt, meine Frage. Müsst sie nicht beantworten. Alter, wieso habe ich sechs Nachrichten? Achso. Okay. Wurde in eine Gruppe eingefügt. Okay, alles klar. Dann hat sich meine Frage auch erüblicht. Ja, erüblicht, ne? Ich glaube, das ist richtiges Deutsch. Hier können wir noch hoch. Merke ich gerade. Gehen wir erstmal hier lang. Und holen uns hier vielleicht eine Karte. Nett. Und ein bisschen Loot. Und dann gehen wir wieder runter. Und versuchen nochmal den Weg da hinten zu gehen. Ich weiß nur nicht, wo lang wir gehen müssen. Aber wenn ich hier herkomme, lag das ein bisschen. So, was haben wir denn hier? Gucken wir erstmal hier. Ach genau, hier kamen wir da rüber. Genau. Und hier hatten wir sonst nichts mehr, ne? Genau. Alles klar, dann haben wir nur noch hier oben irgendwas zu erkunden. Halt, wie wir da rüberkommen, ne? Würde ich jetzt halt stumpf sagen, uns einfach hochziehen. Aber irgendwie müssen wir da her, also von da aus ja, hinkommen können. Vielleicht jetzt hier rüber klettern? Und von hier aus, kannst du mal, okay. Hier rauf. Dann hier hoch. Ah ne, okay. Ist schon richtig, dass wir hier lang müssen. Okay, vielleicht müssen wir hier, ja, wir müssen hier, glaube ich, einen Doppeljump machen, oder? Ah ja, hier ein hoch. Ja, okay, okay. Ah, ein Hochjump und jetzt können wir an die Leiter. Alles klar, okay. Oh. Das können wir uns noch holen? Genau, schön. Da kommen wir auch zurück. Jump an die Leiter. Danke. Dann binden wir nur das hier, okay, wow. Ich hab irgendwas Cooleres erwartet, ne Kiste. Irgendeine coole Kiste. Aber nein, natürlich nicht. Halt dich doch daran. Ich dachte, sie hält sich fest. Manu. Manu. Yeah, mit einer Hand. Perfekt. Nice. So, zack, rüber. Hoppa. Schön festhalten. Hier lang. Irgendwie. Okay. Okay, hier oben lang. Das war knapp. Ich hab mich da grad schon wieder runterfallen sehen. Aber zum Glück bin ich nicht. Hallo Holz. Ich nehm mich gerne mit. Ich kann auch mal ein paar Pfeile herstellen, ne? Achso. Boah, wir haben nur einen verbraucht, echt? Ah. Hier seh ich noch was. Und... Jetzt hoch, okay. Hoch da. Yeah. Aha. Yeah. Aha. Okay. Ja, wo ist denn hier noch einer? Oder hat sich Lara einfach nur so versteckt? Ich glaub, sie hat sich nur so versteckt. Gucken wir erst mal da hoch. Da sieht so aus, als ob da irgendwas wär. Obwohl, nein. Es sieht so aus, als ob sie weitergeht, ne? Genau. Das heißt, wir werden erst mal dorthin jumpen. Obwohl, jetzt sieht so aus, als ob es hier weitergeht. Oh, Mann. Okay, ich glaub, es geht hier weiter. Geht es hier weiter? Was konnte ich hier grad... Ah. Hm. Okay, ich glaub, das sind einfach nur zwei verschiedene Wege, ne? Ja, okay. Okay, nur zwei verschiedene Wege. Alles gut. Und wir haben hier eine Kiste. Achso. Ich wollte grad eh hämmern, um die aufzubrechen mit der Axt, aber... Dann nicht. Yo, Bogen freigeschaut. Nice. Oh, schön. Sehr, sehr schön. Okay, hoffentlich finden wir gleich wieder ein Lager. Ach, shit. Bam. Okay. Der lebt noch. Jetzt nicht mehr. Haben wir alle? Ne, wir haben nicht alle. Sag ich doch. Oh, komm. Das war knapp. Das war auch knapp. Okay, jetzt haben wir aber alle. Nice. Oh mein Gott, da hab ich grad richtig gut geschossen, ne? Muss ich, dass wir immer... Ja, doch mal ein bisschen Eigenlob, ne? Das war schon ganz gut, finde ich. Äh, haben wir hier noch irgendwas zu holen? Ja, Holz. Okay. Holz nehme ich immer gerne mit. Hier können wir das da ran binden. Dann kommen wir wohin zurück? Auf irgendeinem Dach. Okay, ja gut. Kann man mal machen, ne? Darüber jumpen müssen wir jetzt nicht. Genau. Ja, aber hier rüber jumpen. Alle looten. Wir haben Munition noch. Okay. Was ist, wenn wir da lang jumpen? Können wir da irgendwas holen? Uiuiui. Okay. Ähm. Ja, wir kommen noch nach außen, okay? Huh. Hm. Ich glaube, das sind wieder nur zwei Wege, die wir gehen können, ne? Ich glaube, das sind wieder nur zwei verschiedene Wege. Oder? Ja, wir wären auch hier rüber lang gekommen, okay. Okay. Alles gut. Das ist wieder ein Tagebuch. Hören wir uns gleich an. Oder ein Logbuch oder whatever. Irgendein Buch. Tagebuch, ne? Ja. Die Rote Armee hat den Tempel des Prophetensegens gefunden. Sie haben die normalen Arbeiten eingestellt und plündern die Reichtümer unserer Vorfahren. Wir sind bereit. Gemeinsam mit den anderen Gefangenen haben wir Waffen und Dynamit gesammelt. Sobald die Wächter erwachen, werden wir das Chaos für eine Revolte nutzen. Die Rote Armee war schonungslos zu uns und wir werden es ihnen heimzahlen. Wir hören erst auf, wenn alle Invasoren tot sind. Nur dann wird unser Geheimnis sicher sein. Okay. Lackt die Aufnahme eigentlich? Ich hoffe nicht. Ich habe mich irgendwie das Gefühl, dass die Aufnahme ein bisschen laggt, aber scheint mir nicht so. Also es scheint mir ein bisschen verzögert zu sein, aber okay. Minimal. Ja, ne, doch nicht. Kann mich auch irren, aber irgendwie ist lag ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ich hoffe nur nicht, dass es wirklich so ist und dass es sehr krass laggt, dann wäre nämlich nicht so gut. Wo kommen wir nach da unten? Wahrscheinlich nach ganz unten wieder, ne? Ne. Will ich irgendwie nicht machen. Ja, ne. Da wollen wir nicht wieder hin. Ne, ne. Ne, ne. Okay, da können wir uns rüber schwingen. Aber erst mal noch hier unten was holen. Okay, einen Molotow bauen, wie es aussieht. Irgendwie. Hätten wir eine Flasche. Okay, das hören wir uns gleich an. Ist doch erstmal eine Flasche. So. Von hier aus dann wahrscheinlich irgendwie Molotow bauen. Naja, genau hier. Hier ist sie. Die schöne Flasche. Um wieder zurück zu kommen. Zack. Die Pillendose eines Mannes. Verziert mit Hammer und Sichel. Oh, hier an der Seite steht was. Aber irgendwie. Wo finde ich denn das Geräusch, dass irgendwas gefunden wurde? Das Innere ist mit Rückständen versehen und riecht stark. Irgendeine Art von Amphetamin. Okay. Ich bin nicht echt gerade noch ins Feuer gerannt, oder? Was konnte ich hier gerade eh in? Achso, die Flasche wahrscheinlich. Okay. Okay. Dann hören wir uns jetzt erstmal das hier an. Ich glaube auch nicht mehr, dass dieser Kanal sicher ist. Vielleicht haben sie dich schon erwischt. Ich werde hier draußen paranoid, aber Trinity, sie sind groß und sie sind überall. Je mehr ich herausfinde, desto klarer wird, dass ich am Asch bin. Also, bitte sehr. Du hattest recht. Ich würde es dir gerne persönlich sagen. Okay. Schade, dass dann die Namen beistehen. Also von den Personen, die das gesagt haben, etc. Lara, sind Sie da? Ich komme hier nicht weg, Lara. Jacob? Mist. Oh shit. Mist. Sie sind schon drin. So Gott will. Das wäre fast zu einfach. Das durch mein Protokoll Sinn. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Im Verzeichnis steht, dass wir sowjets die wertvollsten Artefakte in diesem Safe gelagert haben. Machen wir ihn auf. Wer hat den Schneidbrenner? Schon dabei. Okay. Der Rest von euch nichts anfassen. Katalogisiert alle Artefakte, wie ihr findet. All das hier stammt aus der Mine? Ja. Nach den letzten Meldungen wurden die Arbeiten eingestellt, als der Autothek wurde. In den Wirren unmittelbar danach muss es zum Aufstand gekommen sein. Kannst du die alle abfackeln? Das Zeug ist uralt. Die Schrift ist nicht russisch. Eine Ahnung, woher sie stammt? Eine Mischung aus Griechischung. Ja, kann ich. Alles klar, okay. Wir haben sie abgefackelt. Das klingt so böse, ne? Klingt so böse. Ich hole mal eine Bombe. Vorsichtshalber. Falls wir irgendwie gleich eine Bombe machen müssen oder so. Danke. Für die Erze und keine Munition. Was haben die hier gemacht gerade? Ach, den Safe aufgemacht. Ah. Okay. Kann ich das hier vielleicht bewegen? Irgendwie? Ne, kann ich nicht. Aber das... Brauche ich denn noch eine Dose, bitte? Irgendwo her. Um das abzufackeln oder zum Explodieren zu bringen. Kann ich das doch einfach anschießen? Ja, kann ich. Okay. Wow. Hat aber nichts gebracht. Okay, schade. Ich dachte, das sprengt irgendwie die Wand auf oder so. So. Zack. Oh, lol. Geht das Feuer wieder aus? Oder fuck? Und das nimmt jetzt alles ab? Ich weiß es nicht. Okay. Alles klar. Alles klar. Bumm. Das war gemein. Aha. GG. War ein schöner Schöner Kill, finde ich Ja, doch Doch, doch Ne, Munition brauchen wir nicht Aber warum renne ich denn dann mal ins Feuer? Mann, was ist denn mit mir?